ja hallo und herzlichen willkommen zur nächsten folge let's play war thunder ich habe mal direkt mal eine neue runde ausgesucht weil es ja so lange dauert und zack hat nur ein paar sekunden mir dort ich muss diese blöden schatter ausmachen das ist ich vergesse das jedes mal so panzer fahren wir wollen alle richtig schön panzer fahren auch mal hier ist das koreanisch weiß ich nicht kann mich damit nicht aus wo zum hänker bin ich ja ich folge mal den da oben ach du scheiße was ist das für eine sprache das müsste koreanisch sein nein ich habe nichts gegen koreaner ich habe generell nichts gegen irgendwelche menschen übrigens gegen arschloch aber ich kann ja nicht erkennen ob das ein arschloch ist oder nicht fahr ich da oben nicht ich denke ja ich bin eher so ein bei panzer bei dem panzer der ding ist eher so ja kämpfer würde ich nicht direkt sagen ich bin eher so ein eher defensiver das war was wie viel hält dieser scheiß panzer eigentlich aus mal ernsthaft jetzt es ist doch unfassbar ich wollte eigentlich gerade umdrehen aber dann habe ich mir das auch noch anders überlegt überlegt ja drehe ich oh nein das ist wieder der panzer mit dem ok die englischen panzer sind echt scheiße stopp kritischer treffer super oh nein das ist doch scheiße die brauchen nur ein treffer zu landen und schon ist man hinüber ich kann nichts machen weil ich keine feuerlöscher habe ja hallo neuerfahrer neuerfahrer das ist echt frustrierend ernst das ist ja ach guck mal hier der flagpanzer wieder ähm ich würde mal sagen weil das oh guck mal da brenne ich ähm jetzt hier zuzukommen äh zuzuschauen komm machen wir mal zurück zum hangar eigentlich lasse ich das immer durchmachen aber naja das ist ein bisschen frustrierend direkt am anfang naja zu sterben ist fies äh ja wunderbar ich würde mal sagen um euch mal ein bisschen was zu zeigen ja können wir mal hier mit den deutschen mal ein bisschen panzer fahren ja die tiger noch ein tiger kampfpanzer ja vier jagdpanzer den ich übrigens auch sehr gerne fahrer es ist super super da und den ähm aber wir suchen mal lieber eine schlacht bevor das lange dauert das ist echt blöd mit der ähm das ist so schnell sterbe da mhm ja das ist echt frustrierend aber naja sowieso ist das nicht normal ich reg mich darüber nicht auf auch wenn ich mich natürlich aufgeregt habe das ist selber natürlich klar aber es ist halt ein spiel man muss eigentlich nicht aufgeben so wie ich das jetzt gerade mache ne einfach nicht aufgeben weitermachen und so weiter ich mache das jetzt einfach nur fürs let's play äh spiele ich mal mit den besseren panzern wieso habe ich da eigentlich ach so da habe ich das ach guck mal daran kann ich mich gar nicht erinnern dass ich das äh daran geklebt habe mosdok vorherschaft mosdok oh gott nein die wenn es die ekade ist an die ich gerade denke dann ja die mag ich nicht mal schön am bad kratzen ja was nehmen wir denn als erstes am besten den hier weil den muss ich noch unbedingt äh weiter ähm freischalten ähm das ist ein panzer vom rang 3 also schon recht recht gut ein schwerer panzer übrigens es ist zwar ein schwerer panzer aber der hält echt wenig aus wo muss ich denn hin da muss ich hin wieso fahr ich da nicht direkt ich will da rum ja toll es ist jetzt echt ein bisschen blöd na egal ich fahr den kometer hinterher oh hallo t34 ah dieser sound es ist einfach nur schön die ganzen details anzusehen auch die ganzen wie man schön sieht da hinten an dem kasten hinten am turm die ganzen dellen und so weiter das ist super detailliert habe ich eigentlich schon mal erzählt dass das spiel echt super ist also super aussieht tolle grafik an und so weiter und vor allem kostenlos jetzt muss man sich mal den funk stellen finde ich schon geil man kann zwar Geld ausgaben muss man aber auch nicht man hat zwar fahrzeug ja gut man hat vorteile wenn man ja gut aber trotzdem das ist übrigens nicht die karte an die ich gedacht habe ich bin übrigens wieder zu offen äh nicht zu offen sondern zu kritischer treffer oh ist das ein kv2 ne nsu oh ach du scheiße komm schon komm schon nein was oh schade ja das war wieder ein bisschen blöd ich bin alter ach ich hab das übersprungen es tut mir leid äh man hat hier übrigens auch nur drei ähm ja äh wiedereinschiege 2 habe ich noch äh zur Verfügung oh da wurde der gegner gerade zerstört oh scheiße ich bin heute echt nicht in Form ja gut durchsbruch 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 hallo ich hatte ihn doch gerade der feind hat die initiative ich krieg ihn nicht im fokus ich krieg ihn nicht im fokus doch da na na oh zack treffer treffer aber das bringt nichts weil ich nicht durch seine Panzer rumkomme treffer oh das ist schon besser nein ich hab den fokus verloren ah da ist er wieder nein schon wieder verloren alright scheiße witzig na gut was beladen hübscher see übrigens das Wasser sieht gerade so komisch aus das Wasser sieht gerade so komisch aus äh 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 krass äh 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 das Soundpack aber warum das ist immer bei den äh 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 älte der Sound ist doch schon geil batz 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 älte find ich mega was ist ja ich weiß ich äh Oh. Nein, 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 nein. Was? Was ist das denn für ein Panner? Nein. Ich versuch es nicht. Hallo, Flugzeug. Ich bin mal defensiv. Kann man ja mal machen. Alter, der Soundbuck wieder drin. Ach, scheiße. Ne. Rein nix. Alter, die Flaggmann-Seiterin ja richtig am Ort. Ey, da ist am, muss ich ja auch noch an der Wege. Das bringt überhaupt nichts. Ja, ja, ja. Kritischer Treffer. Sehr gut. Oh, nein, der hat zerstört. Super. Zielen unbestimmt geschehen. Ah, komm. Na, komm. Ja. Was? Hä? Wo war das denn? Alter. Nice. Hat er gut getroffen. Muss ich mal... Entschuldigung. Irgendwie ist halt nicht mein Tag. So. Es ist die Frage. Nehme ich den hier? Ne, Quatsch. Den hier. Ich nehm den. Nein. Ich will... Da hin. Ich will hier rüber. Wer hat man in die Niederlande... Pfff. Das... Oh, oh. Oh, Mann. Ja. Ja, leider nix vorigeschaltet. Egal. Ähm, das ist noch von der... Ah, okay. Das ist noch von der... Äh, 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 letzten Runde. Drehkranz kaufen. Und als nächstes... Einschießen. Äh. Komm. Forschen wir das. So. Jetzt ist die Frage. Wollen wir mit... Mit denen weiterkämpfen? Oder... Doch mit den Briten jetzt. Weiter machen. Ich würde sagen... Wir machen mit den Briten weiter. Weil wir jetzt ja auch die Möglichkeit haben. Ähm. Ja. komische musik so einsteigen und los haben ja ich werde auch langsam echt müde wenn ich etwa in einen schon gestartetes match reingekommen ist ja dann blöd das ist doch unfassbar alter das ist doch ernsthaft das ist doch unnormal ja genau jetzt naja ok ja so nur einen Moment mal was wow wow wuuh zerstört wunderbar na endlich mal den Lab kenne ich übrigens auch nicht ich bin gerade ganz vorsichtig ne ich bin es halt gewohnt mit langsamen Panzern zu fahren und mit solchen schnellen Megagurten ich habe mega gesagt nicht äh ja nicht dass ich falsch fische ja 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 ich bin ich ja 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 ich bin ich mal Mal kurz hier um den Block fahren. Gut, hier ist keiner. Nice. War jetzt nicht so beabsichtigt, aber sah trotzdem nice aus. So, ich wollte ihm jetzt nicht da Fuß, weil ganz blöd. Wunderbar, so gefällt mir das. So was mag ich. So was mag ich. Nein. Abschusshilfe nur. Egal. Alter, was für eine Action. Action. Alter, Hilfe. Oh. Ich sehe hier auch keinen Roten mehr gerade. Wieisch. Also wenn man mit den... Man muss lernen mit diesem Panzer umzugehen. Guck mal, da liegt ein Flugzeug. Flugzeug müde, Flugzeug schlafen. Ach du Scheiße. Ah, Scheiße. Schade. War aber gut. War diesmal eine gute Runde. Muss ich sagen. Auge um Auge. Auge um Auge. Ringe haben keine Bedeutung. Aha. War nicht schlecht. Zerstörte. Zerstörte. Treibund. Oh, ne. Nicht schlecht. Ups. Entschuldigung. Batz, 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 Batz. Batzbach am Ende. Wie ist das? Was macht er da? Ey, Junge. Zier... Durchs Haus. Hä? Wir müssen den Feind mehr zu setzen. Wir müssen den Feind mehr zu setzen. Die Welt dabei zu gewinnen. Ja gut, das ist aber auch nicht so einfach. Ups. Hat er nicht den gleichen Panzer wie ich? Äh. So. Ne, ne. Das ist ein Deutscher. Okay. Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Oh. Oh, 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 oh. Der wird zerstört. Der kann... Wetter haltet euch! Oh! das war es auch schon schade doch wieso habe ich so gut aufgeräumt ich kann den auch nur den hier angucken eine schlechte abschusshilfe 5 alter kritische treffer 6 15 treffer ja neue emotionen kaufen so als nächstes streuung das ist ich denke mal halt stopp feuerlöscher schwierig jetzt feuerlöscher ist eigentlich ganz wichtig weil ich habe einen einen bei der einen runde ja halt schnell gestorben weil ich ja kein feuerlöscher hatte ja nützt nichts muss ich hoch ach so cool schade gut hat er jetzt eine feuerlöscher habe ich keinen dritten panzer reserve reserve ich habe echt nur zwei panzer mit denen wird es noch dauern forschung beschleunerung wie viel teuer wer das achten nein mache ich nicht ganz ehrlich man muss geduldig sein und in der letzten schlacht hat es halt schlacht hat es halt gut geklappt naja ich würde mal sagen das war es dann für diese folge ich mache jetzt eine aufnahmepause und was was wir machen in der nächsten folge folge werden wir dann sehen also bis zur nächsten folge tschüss bis und bis bis Vielen Dank.